Hallo liebe VolksTV Zuseher, wir sind die Granatien aus der Weststernmark und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei, wenn am 23. April in unserer Heimat, in Liga ist, ein Mega-Event über die Bühne gehen wird. Wir alle feiern nämlich gemeinsam 5 Jahre Daniel Düsenflitz. Ja, das wird wirklich ein Mega-Spektakel und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Wir wünschen jetzt schon viel, viel Spaß.